Wir blicken zurück auf die erste Juni-Woche im Deutschen Bundestag. Diese Woche steht unter der Überschrift, die Parteien, die da schon länger sitzen, machen die Geschäfte dieses Landes unter sich aus und erhöhen sich dafür auch noch den Zuschuss aus der Kasse des Steuerzahlers. Aber von Anfang an. Wir hatten zum Beispiel eine Situation, in der es darum ging, über einmal innezuhalten zugunsten des ermordeten Mädchens, der ermordeten Susanna aus Mainz. Einer unserer Abgeordneten hat eine Redezeit zum Innehalten genutzt. Unsere Fraktion ist aufgestanden und die Vizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen hatte nichts Besseres zu tun, als das zu rügen. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an den Wiesbaden. Tot aufgefundene Susanna, sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten. Herr Salz, haben Sie noch etwas zu sagen? Ansonsten würde ich den nächsten Redner aufrufen. Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet und ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD und ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Wir hatten darüber abgestimmt, ob es einen Untersuchungsausschuss geben soll, debattiert, ob es einen Untersuchungsausschuss geben soll zu dem BAMF-Skandal in Bremen und darüber hinaus. Es hat sich herausgestellt, dass außer der AfD bloß noch eine Partei bereit ist, einen solchen Untersuchungsausschuss einzurichten, um diesem Skandal in der Tiefe auf den Grund zu gehen und die anderen wollen an der Oberfläche bleiben, ein paar Sitzungen des Innenausschusses machen und die ganze Sache dann ad acta leben. Es wurde zum wiederholten Mal, drittes Beispiel, darüber abgestimmt, ob endlich auch die Vertreter der AfD-Fraktion hinein dürfen in die Untergremien vom Haushaltsausschuss, wo es um die vertraulichen Haushalte geht, wo es darum zum Beispiel geht, wie viel Geld die Geheimdienste bekommen. Und zum wiederholten Mal haben die anderen Parteien die AfD-Vertreter an dieser Stelle durchfallen lassen, bleiben unter sich und man muss sich immer mehr die Frage stellen, was beraten die da eigentlich? Was ist so geheim, dass eine wirklich ernsthafte Opposition da nicht hineinschauen darf? Dann wurde debattiert über diese Datenschutz-Grundverordnung. Wir von der AfD hatten das Thema auf die Tagesordnung gezerrt, eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragt. Und wir haben deutlich gemacht, was für eine riesige Verunsicherung unter den Betreibern von Internetseiten, unter Fotografen, unter Bloggern dieses Gesetz verursacht hat, diese EU-Verordnung, die eins zu eins in Deutschland umgesetzt worden ist. Und jetzt warten alle drauf auf die ersten Urteile, weil einfach nicht klar ist, wie bestimmte Dinge betrachtet werden müssen. Und auch da war es so, dass im Europaparlament alle dieser Sache, dieser Datenschutz-Grundverordnung zugestimmt haben, mit Ausnahme der AfD. Und jetzt versuchen sie, die ganze Sache schönzureden. Das hat man an dem Staatssekretär Stefan Mayer bemerkt. Es wäre ja alles gar nicht so schlimm. Das Innenministerium hätte ja schon auf einer Internetseite gesagt, wie das alles sei. Und die Wirklichkeit ist, man muss darauf warten, wie das Richterrecht diese unklare Gesetzgebung jetzt auslegt. Und dann kommt das I-Tüpfel. Am Freitag wurde mit heißer Nadel gestrickt ein Antrag zur Beratung gebracht, die zuschüsse, die staatlichen Zuschüsse für die Parteienfinanzierung von 165 auf 190 Millionen Euro im Jahr zu erhöhen. Und es war die Große Koalition, CDU, CSU und SPD, die mehr oder weniger mit Überrumpelung aller anderen Parteien dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Für nächste Woche schon eine Expertenanhörung anberaumt haben. Mit wahrscheinlich vorher ausgesuchten Experten. Denn wie sollen die anderen Parteien jetzt quasi über Nacht noch Experten zusammenkriegen? Und das Ganze soll dann wohl in der nächsten Woche verabschiedet werden, während die Fußball-Weltmeisterschaft schon startet und das Publikum sich um andere Sachen kümmert. Auf diese Art und Weise wird der Wahlbürger überrumpelt. Und es werden auch die Abgeordneten, die an die Bürgerinteressen denken und nicht in erster Linie an die Interessen ihrer Parteien, nämlich gerade die von der AfD, ausgebotet und überrumpelt. Und das ist ein Schauspiel, wie es der deutsche Wahlbürger eigentlich nicht sehen will. Davon bin ich fest überzeugt. Wir von der AfD werden weiter dagegen halten. Und das ist ein Schauspiel, wie es der deutsche Wahl ist.